Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs los sollen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Soll los. Sollte los. Hat los gesollt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich soll los. Du sollst los. Er soll los. Wir sollen los. Ihr sollt los. Sie sollen los. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sollte los. Du solltest los. Er sollt los. Wir sollten los. Ihr solltet los. Sie sollten los. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe los gesollt. Ich soll los. Du solltest los. Du hast los gesollt. Er hat los gesollt. Wir haben los gesollt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich solltet los. Du solltest los. Du solltest los. Er soll los. Wir sollen los. Ihr sollt los. Sie sollen los. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich solltet los. Ich solltet los. Du solltest los. Er sollte los. Wir sollten los. Ihr solltet los. Sie sollten los. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb los sollen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. bury, ein Le según Soul. Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Das war unser kleines Lern今回. Ist Gott schau ihn tiefer. Sehr gerne,